Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Age of Empires 2 mit mir Daniel und mit mir wieder hier an Lukas aka Lucifer, hallo. Ja, voll die Überraschung mal wieder. Ja, wie immer. Und wir spielen Königsmord, alles ein bisschen schneller, also hier nicht Schwierigkeit, sondern Spielgeschwindigkeit auf schnell und genau, Königsmord überhaupt, wir müssen halt die Könige töten und haben gewonnen. Genau, so sieht's aus. Das kriegen wir hin, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Dann mach ich mal ready und dann fangen wir an. Und wir starten in der Ritterzeit übrigens. What? Ja, dann müssen wir nicht so viel machen, wo nichts passiert. Okay, das ist jetzt spontan. Mega spontan, ne? Aber das heißt ja, okay. Ja, das heißt, dass die auch bald kommen schon, ne, mit Einheiten. Ja, und das heißt, dass alle stehen bleiben. Achso. Ja, das heißt jetzt erstmal wieder heftig laggt, so. Das ist am Anfang immer so. Ja. Und du bist heute pink? Ich bin heute pink, genau. Einfach, weil Weihnachten ist auch. Ach, das, okay. Okay. Gut, ich sehe jetzt selbst gerade keinen Zusammenhang, aber... Ne? Okay. Ja. Das ist gut, dass wir einfach die Spielgeschwindigkeit auf schnell haben, weil... Das spiegelt sich jetzt im Spielverlauf auch einfach wieder. Ne, siehst du. Geil. Boah, ist das schnell, Leute. Ja, ja. Das ist echt der Wahnsinn. So. Ja, jetzt bewegen wir. Ja, ist halt nur am Anfang immer so. Bis da die... HD-Grafik und so... Boah, ich spiele Maya. Junge. Oh, was? Die sind voll scheiße, ne? Boah, ja, geht so. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße. Oh. 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 Ne, aber Schlag. Oder? Ja, es geht. Also, die haben so Bogenschütze und das gefällt mir ganz gut. War es nicht genug Gold? What the fuck? Oh, hat doch Wunderpumpen. Äh... Ja. Auf jeden. König ist in der Base. Oh, nicht genug Holz. Ich habe nichts, Junge. Ja, was erwartest du? Ja, dass ich ein bisschen was habe halt. Ernsthaft? So viel im richtigen Leben halt. Oh. Ich habe heute einfach. Oh. Oh, jetzt, jetzt aber. Ja. Das haut er wieder raus hier. So, was brauche ich denn noch hier? Genau. Macht mal ein bisschen Gold, Leute, jetzt. Nicht über die Rumgebumse hier auf dem Feld, sondern... Sollen wir mal richtig anpacken? Na? Ja, klar. Also, bei mir sind die... Schafe schon tot. Wie tot? Geschlachtet. Ja, genau. Und ich hole mir jetzt mal das Wildschwein. Ich habe jetzt mit den Rehen angefangen. Einfach, weil ich so ein Jägertyp bin, weißt du? Na ja, klar. Wie der immer rumquiekt. So, ah fuck, mein König muss in die Burg. Alter, ich wollte gerade scouten gehen mit dem. Oh. Das wäre es ja jetzt noch, ne? So gerade am Anfang. Ja, ja. So. Ich habe sogar mein erstes Wildschwein ermordet. Ach, die Franken schon wieder. Ja, das klappt so gut mit denen. Bist du ein richtig fränkischer Typ, ne? Die sind mir sympathisch, weißt du? Bei mir nicht. Nee. Oh. Geht so. Geht so. Na ja, kommt mit der Zeit dann, weißt du? So, jetzt macht mal Gold hier, Leute. Und Holz. Überhaupt macht mal alles jetzt. So. Ach ja. Age of Empires. Übrigens im Sale gerade schon wieder, ne? Ach, schon wieder? Ja, ja. Das ist jetzt Neujahrs-Sale auf Steam. Und ich muss aufpassen, dass ich schon wieder zu viel Geld ausgebe. Boah, hör auf. 20 oder 30 Euro ausgegeben. Hör auf, ich kenne das. Also im letzten Sale, ne? Und im Grunde kaufe ich eigentlich auch noch auf Steam, wenn die da Sachen im Angebot haben, weil... Ja. Ne? Weil du? Weil du es kannst. Weil ich kann, genau. Und weil ich halt nicht einsehe, so, dass ein Spiel für 20 oder 30 Euro zu kaufen, wenn es das, wenn ich ein paar Wochen warte, dann auch für 5 Euro gibt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Differenzen halt echt extrem zum Teil. Man will gar nicht wissen, was die für Gewinnmargen haben. Boah, hör mir auf. Aber ich kenne das, ich kenne diese Sucht, die man da hat, wenn dann auf einmal so eine Aktion ist, da... Mhm. Boah, da holst du dir PaySafe-Karten bis zum Ende und dann bist du pleite. PaySafe-Karten? Ja, ich zahle immer mit PaySafe-Karten. Ich nicht. Sondern? Äh, Kreditkarte. Ach, grad so. Naja, ich find's praktischer mit PaySafe. Noch nie gemerkt, muss ich gestehen. Ne? Ne. Weil das Gute ist, bei mir... Also, ich geh aus dem Haus raus und so... Zwei Minuten ist grad eine Tanke dann. Weißt du, da kann man sich grad eine PaySafe holen. Ah. Ohne Stress irgendwie und dann... Keine Ahnung, ist besser irgendwie. Ist besser. Ist besser, natürlich. So wie es aus bei dir hier. Alter. Hackst du da Holz ab? Wir brauchen Militär unbedingt. Ach, wir sind ja in der Ritterzeit, stimmt. Ja. Stimmt. Aber dann kann echt sein, dass die bald vor der Tür stehen. Und dann... haben wir nix. Ja, okay, mach ich jetzt sofort ne... Kaserne. Und... By the way, gegen wen spielen wir eigentlich? Gegen... Auch Maya und gegen Kalten, okay. Ah, das geht ja noch. Das geht ja noch. Mehr Häuser, what the fuck. Ne, ihr baut mal Häuser jetzt. Komm. Gib Gummi, Junge. Jetzt mach mal Haus, so. Jetzt mach mal Haus? Mach mal Haus, ja. So muss man mit ihm reden, das verstehen die dann besser. Ja. So, schreite mal zu dir. Ah ne, wir sehen ja alles. Ja, das wundert mich auch gerade. Ah, ich glaube, weil wir in der Ritterzeit sind. Stimmt, da haben wir doch schon, äh... Und wir die Entwicklungen der vorherigen Zeiten schon haben. Und damit auch diese Kartografie im Marktplatz. Genau. Sehr praktisch, ey. Sehr praktisch. Komm mal geil einfach mal. Ja, wie geil es einfach nur ist. Wie geil es einfach nur ist. Ach so. Da komm ich gar nicht drauf klar, so geil ist das. Ne, gehrt. Übertrieben geil einfach. Absolut. Ich bin schon wieder letzter. So geil einfach. Ja. Ah, und ich? Erster oder was? Ne, vorletzter. Boah. Boah. Fortschritt. So, hier. Bauern, Bauern, Bauern. Ne, Dorfbewohner heißt das ja, ne? Naja, kann man... Sklaven. Sklaven. Ja, das gefällt mir. Ganz ein harter. Ja, so Sklavenhalterei hat auch seine positiven Seiten, muss man sagen. Solange man nicht der Sklave ist. Ja, genau. Also ich behandle meine Sklaven, ähm, ne, Dorfbewohner gut. Ja. Ja, ich auch. Die dürfen zwar Tag und Nacht arbeiten, aber hey. Die sollen froh sein, dass sie was zu tun haben. Ja. Ah, genau. So, aber die, ich glaube, ich muss die mal ein bisschen rügen, weil die bauen keinen Stein ab. Das ist schlecht. Oh. Oh. Oh, da hätte man auch mal so drauf kommen können, ne? Oh. Ja. Hast du eine Peitsche irgendwo? Äh, ne, ich schieße immer mit Pfeilen auf die. In den Kopf am besten, oder wie? Ne, so weiß ich, das kommt immer drauf an, was die machen, ne? Okay. Also, wenn die Gold abbauen und nah am Lager sind, dann brauchen die zum Beispiel keine Beine. Die sind dann nicht so richtig. Schön, kommt hin. Voll der Sklaventreiber. Oh. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Sicht hier zum Gucken. Ich bin auch gar nicht aus meinem Lager rausgekommen. Oh, das ist weniger gut. Das ist weniger gut. Ja, ähm, Gold. Okay, wir haben jetzt alles. Perfekt. Ey, du bist voll der Cheater, ey. Wieso bin ich ein Cheater? Ey, voll der Cheater. Alter, komm mal klar, ich mach gar nichts. Ja, siehste, du machst gar nichts, aber trotzdem machst du mehr Punkte. Ja. Weil ich gut bin da einfach nur. Achtung, er ist gut. Okay, hast du irgendwo Stein? Für mich ja. Wo ist denn das so? Versteckt in der Ecke? Alter, nicht, dass das jetzt schon losgeht hier, ne? Mit den Ressourcen. Meinst du? Achso, nee, nee. Quatsch. Niemals. Nö. Was? So. Oh Gott, diese blöden Häuser immer, ne? Du fängst ja mal an. So. Äh. Okay, letztes Mal, nee. Stimmt. Ne? Letztes Mal war das ja mit den Rehen. Im Grunde bin ich nur das Opfer, dass Klerkig versucht, sich irgendwie zu wehren. So nämlich. Ach. So nennt man das heutzutage? Genau. Okay. Muss ich mir merken. Boah, jetzt baut doch die Häuser. Ja, kommt mal klar, Leute. Wie die nix machen, ne? Und nix können. Oh, Junge. Scheiß auf die Bären, ey. Ah. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ne Schmiede. Muss jetzt mal scouten gehen. Oh, wo ist mein Scout? Oh mein Gott, da ist er. What? Erstmal zu dir rüberkommen. Auf jeden Fall. Damit du sehen kannst, wo die Ressourcen auch sind und... Ja, ja, ich muss ja wissen, wo es was zu holen gibt. Genau, und wo das Kloster steht am besten noch. Ich markier's dir am besten. Komm, da. Weißt du? Ne? Ah, das ist gut. Das steht schon am Wald. Da muss ich nur drei Seiten... Einmauern. Ähm, Universität... Ne. Lieber ein zweites Dorfzentrum. Na klar. Ich hab schon drei. What? Okay, wir müssen... Zwei, zwei. Langsam jetzt mal anfangen. Ich baue schon mal Ritter. Ja, das ist gut. Ich kann nämlich keine bauen. Ich hab keinen Stall als Maya. Uh. Aber dafür hast du doch Federschützen oder sowas. Ja, genau. Federfallschützen. Ja, das ist ein Hammer. Ja, geht besser, ne? Geht besser. Ja, also die sind halt relativ... Also die sind jetzt nicht so stark, aber die sind günstig. Und die kannst halt richtig spammen, wenn du willst. Ja, siehst du, das ist geil. Hier, Feind, Feind, Feind. Feind entdeckt. What, what, what? Okay. Ist das schon eine Reliquie? Ne. Ist so ein Wüstenland, ne? Ja. Aber das gefällt mir irgendwie. Ja, es ist halt so Steppe und mit Schnee dann auch. Alter. Oh, da kommt schon was an, da, ne? Ja, ja. Ganz schlimme Finger hier. Okay. Muss mal gucken, wie ich mich am besten verteidige. Ne, okay. Er ist voll im Game drin. In Game, vor allem. In Game. Ähm, mein Wald ist weg. Toll. Okay, äh. Ach, da unten. Okay. Was? Ach, mein Mensch. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Alter, die haben schon voll viel. Ohne Witz. Ja, ernsthaft? Ah, ich hab meine Kaserne bisschen blöd gebaut, ey. Ich muss die da irgendwo... Kommt. Alter, ist das ein Mongo. Schon wieder? Ja. Wir spielen auch nur gegen Mongos. Das ist so schlimm. Und ganz, ganz, ganz von Vorteil wäre jetzt hier eine Mauer. Was hast du? Mauer ist eine super Idee. Das mach ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Das Ding einfach. Fuck. Fuck, was ist jetzt wieder? Ja, ich krieg schon Besuch hier. Oh, geil, ey. Was? Ähm. Oh, ich weiß... Hä, wo sind denn die jetzt hin? Basti Storm? Basti Storm? Pst. Äh. Ah, da kommt er. Okay. Da machst du nichts. Fuck, 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 fuck. Ja. So. Schmiede. Alter. Ja, kommen sie schon? Ja. Oh, da kommt auch schon einer bei mir, warte. Uh. Komm schon. Boah, wie die mit diesen blöden Belagerungsdingern kommen. Da kann ich nix machen. Boah, die sind so ätzend. Das müsste man irgendwie ausstellen können. Wirklich. Ach, komm. Nee. Da kenn ich nix. Ach, komm. Nee. Okay. Aber wenn du... Nee, okay. Ähm, ja. Eine Burg wär geil, ne? Ja, du hast ja auch noch gar keine. Stimmt. Oh, ey, kommt mal klar, ey. Ich brauch mehr Holz, ey. Ja, die kommen auf gar nix klar. Wo werd ich denn angegriffen? Das ist doch Bullshit. Das stimmt doch gar nicht. Boah, jetzt lass den doch mal in Ruhe, ey. Ja, lass mich mal in Ruhe hier. Ja, du bist auch mittendrin irgendwie, ne? Voll in der Mitte so. Ja, ja, eben. Ich bin zentral. Oh, wie er sich eingesch... Oh, der Bauer, der ist so dumm, ne? Stirb! Boah, nee, ey. Eine Dummheit muss auf jeden Fall bestraft werden. Weißt du? Baut ne... Baut ne Wohnungssiedlung und baut sich da drin ein. Natürlich, weil ich nicht arbeiten will. Ja, komm mal klar, ey. Komm mal klar, weißt du? So, hier können wir mal die restlichen Bären noch aufsammeln. Ähm, ja. Uns fehlt irgendwas. Und zwar ein Markt. Äh, ja, ich hab einen. Ja, geil. Bauen wir einen hier hin irgendwie. Da vorne? Oh Gott. Das wäre ja schon eine gute Idee. Häusern! Marktplatz! Boah. So, okay. Jetzt bin ich immerhin so ein bisschen eingemauert hier. Hot KF. F, was passiert dann? Wie kann man nochmal Felder in Schnellmodus bauen? Äh, BF. BF, okay, ja. Pro-Skill und so, weißt du? Ja, ja. Ach komm, das ist nix. Ein bisschen angeben hier, weißt du? Ja, aber mich fragen, ne? Ja, ich hab's vergessen, wie's geht. Komm. Aber mich fragen, Junge. Geil, ey. So. Marktplatz steht. Warte mal, bauen wir noch nicht? Ich baue neun. Alter! In Ernst? Was, was, was? Alter, meine Bauern. Oh, ihr könnt auch nix alleine, ne? Nix könnt ihr alleine. Das ist so. Brauchen meistens Unterstützung. Oh Gott. Alter, der Grüne. Bist du behindert, Junge. Ja. Der baut jetzt direkt vor meinem Lager einfach mal ein Holzfäller-Ding. Ja, wenn er's kann. Ich glaube, es hackt. Er kann's halt, weißt du? Ich kann's auch, wa? Ja, geht, ne? Nicht was. Diese Federfallschützen sind jetzt echt nicht so gut. Ja, in Masse sind die aber schon extrem. Ja, ich hab keine Masse. Was? Ne, okay. Da musst du Masse bauen. Ja, mach ich eigentlich, steh eigentlich generell eher auf Masse, muss ich sagen. LOL! Wie schnell ist denn der Feind bitte? Ho! Wollt ihr Speed drauf? Ja, ja. Kranker Shit. Ja, genau. Richtig, Asi. Übertrieben, Asi. Fuck, jetzt kommen die zu mir. Oh, gut. What? Wo ist denn jetzt? Ach Gott. Brauchst du Hilfe da? Wie lame einfach. Nee, nee. Nee, nee. Wie lame. Mach doch mal Nahrung. Boah, Junge. Wir kommen mal mit zwei Plänkern in die Base. Boah, nee. Ja, wir wissen's. Boah, Lucifer ist in die Imperiator aufgestiegen. Was geht bei dir? Ähm, Standard. Jawohl. Boah, komm mal, Klarspiel. Ich bin hier noch sowas von weit von entfernt. Ernsthaft? Ja, dafür kommen die jetzt bei mir alle. Ja, Alter, ich hab nix. Alter, was ist hier los? Die Lilianen, das bin ich übrigens. Ja, da komm mal rein hier. Ja. Wie die meine Häuser angreifen. Ja, mit dem einen Glanzentypen, ey. Alter, der schießt auf mich. Lass das. Oh, da bist du ja geil. Ja, jetzt ist ja alles safe. Nee, warte, ich brauch jetzt mal ein Dorfwohnen, einen freien. Ach, da. So, jetzt hier, Imperialzeit, ab geht's. Und ich brauch vor allem Schmiede-Upgrades. Nein, nicht genug, nein. Ja, jetzt sehst du, ist keine Reichweite da, ne? Der Plänkler greift dich an, aber du machst gar nix. Echt? Ja. Das ist schlecht, ne? So, ich bin jetzt aber auch hier. Können die auch da unten lang, sag mal? Ich guck mal. Boah, macht doch mal euren Job hier vernünftig. Die können auch da unten lang. Oh Gott, ey. Die können wieder nix. Ja, ist so, ne? Ja, da kommt er wieder. Die kleine Nutte. Wer denn? Ja, weiß ich nicht. Der Rote war das, glaub ich. Lol. Was? Ja, nix. Hier ist noch alles offen, weißt du. Mach hier mal zu, Junge. Komm mal klar. Ja, so geht er natürlich nicht. Ist auch noch alles offen. Alter Schwede. Boah. Hier, richtig geiler Marktplatz steht da. Ja, stimmt. Hab ich schon ganz vergessen, vor lauter Aufregung. Alter. Bikini-Upgrade, sagst du? Okay. Lass die Ridicule da stehen, Junge. Hallo, das ist meines. In der Base, Junge. Ja, in der Base. Und der braucht die Mauer da drum, wa? Alter, drei Wölfe. Bist du ein Opfer. Krass. Wieso ist der noch offen? Geht's noch? Weiß ich nicht. Ja, also komm, die ist jetzt mir. Ist ohne Scheiß. Ja, arbeitet. In der Realzeit bin ich, ne? Voll gut. Und für dich Standard, aber... Oh, Wölfe, kommt mal klar, ey. Dann ist er under pressure. Gold, ich brauche Gold. Was ich nicht alles brauche hier. Okay, da vorne ist alles safe. Wunderbar. Upgrade läuft. Oh, wie's ruckelt. Mega lag einfach. Oh. 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 Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Achso. Ja, gewonnen. Ich würde mir sagen, wir gehen langsam zum Angriff über, ne? Ja. Weil die Echo steht. Die Echo. Die Echo. Bin jetzt auch Imp. Geil, wie man so einfach Pro-mäßig reinkommt, ne? Die Echo steht, ich bin jetzt Imp. So. Ja, ja, klar. Daran merkt man einfach, wer dazugehört und wer nicht. Man kann ja noch träumen. Boah. Alter. What? Was ist denn wieder los hier? Fuck, 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 fuck. What? Mach mir nicht immer so Angst, bitte. Ja, komm mal her, bitte. Ich brauche Hilfe. Ich bin tot sonst. So ein Quatsch, dass sie ja labert. Alter. Ja, hallo, hast du Triboke vor deiner Base stehen? Nee. Nee, aber komm, wahrscheinlich gleich. Wo sind die? Ich schick mal Ritter runter. Schnell, bitte. Alter. Oh, du machst immer so einen Stress, Junge. Ja, mhm. Bei dir stehen drei Reliquien, Alter. In Ernst? Ja, ich hatte da ne, 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 Dings stehen. Ja, ich hatte da auch was stehen, ey. Oh, jetzt lagts. Oh. Oh, Junge, ey, komm mal klar. Achso. Ja. Boah, wie schuldig ist das? Was denn? Der Leck? Ja. Fortsetzen. Na komm. Mach es. Ja, die HDM-Texturen sind einfach. Ja, ja, das ist natürlich technisch schon sehr aufwendig alles. Kann ich schon verstehen. Ja, ja, ja. Ah, ja, okay. Boah, schon wieder. Habe ich hier kein Gold mehr? Alter, wo sind deine Ritter? Ach, da. Wo ist mein Gold vorkommen? Keine Ahnung, aber schick mal deine Ritter. Wie ist es denn unterwegs? Ich hab hier gar nichts. Mehr. Was mehr? Ich hab keine mehr. Ich hab hier keine Einheiten. Oh, Junge, ein Ping von 2000, Alter. 4.000. Wer, du? Du. What? Ich bin mal wieder voll gut dabei, hier. Ey, mach mal den Download aus. Oh, meine Hunde, sorry. Ja. Guckst du? Die geht jetzt voll Enrage wegen dir. Ey, du Spaß, mach mal den Download aus. Ja. Boah, komm mal klar, ey. Achso, geht doch. Boah, hier, Ritter, mach mal schnell, bitte. Ja, ich bin dabei, Junge. Der greift alles an, was ich hab. Boah, wo geht er denn hin? Auf die Triburke. Auf die Triburke. Ja, was denn? Wo? Wo sind meine Ritter? Da, bei mir in der Base. Wieso, laufen die vorbei? Ja, schick die da hin. Boah. Sorry. Sorry. Weißt du, ich bin hier am Verrecken. Ich komm. Alter, ich bin da schon hier, ja? Schon. Jetzt leckt's vor dem Angriff. Alter, den Ernst? Wohl viele Tote schon hier. Ach was? Die schlafen bestimmt alle nur. Achso. Wie das Reh von letztem Mal. Geh mal nur auf die Triburke. Die müssen unbedingt weg. Der macht mir alles kaputt hier. Na klar, bin schon dabei. Oh, nervt das, dass es leckt, ne? Ich spiel nur mit Freizern. Hallo, das liegt an dir, ey. Ja, sicher. Na klar. Bestimmt noch am Folgenhochladen, wa? Ja. Glaub ich dir sogar. Ne, du! Ne. Achso. Boah, Spiel. Guck, du hast dieses Leckzeichen da vor deinem Namen. Überhaupt nicht. Klar, das rote Ding da. Ist das bei dir auch? Ernsthaft? Ja, klar. Quatsch, das guck ich mir an. Sicher ist das auch bei dir. Was ist das? Ich mein, weiß ich nicht. Pink zwischen uns beiden ist schlecht so. Und dann taucht das einfach bei beiden auf, nehme ich an. Da wie der Triburg feuern will, ey. Es beruhigt dich mal wie... Ah, geht doch. Geh auf die Triburg. Ja, ich bin dabei. So. War's das? Boah. Was denn? Hast du Probleme? Ja, ich bin einfach genervt, dass das hier nicht läuft. Oh, ein Katapult, das kill ich auch schnell. Ja, bitte. Weißt du, es kommt wieder auf deine Base und nachher dann wieder auf meine. Das ist okay. Und ich hab am Ende wieder die Ressourcenprobleme. Ja, Alter, ich hab ja jetzt grad gar keine Probleme, ne? Nee. Überhaupt nicht. Alter, dass da alles ankommt, ne? Triburg, Triburg, Triburg. Wo denn? Ja, im Eingang. Okay. Was für ein Eingang. Ja, egal, ist weg jetzt. Mach deine Lütter mal hierher. Wo denn? Alter, die Reliquie, ne? Was? Du bist so ein verfickter Asi. Du bist so ein verfickter Asi. Ich hab gar nichts gemacht, was ist los? Warte, kann ich ihn irgendwie aufhalten? Hallo, das ist meine vom letzten Mal noch, ja? Nee. Wieso merkst du es denn überhaupt? Ja, weil ich bin einfach. Oh, ja. So. Weißt du, ich rette dich hier bei der Base und dann kann ich auch eine Gegenleistung. Nee, 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 nee. Das war nicht vereinbart, dass das eine Reliquie wert ist. Na klar, hallo? Das ist sogar zwei wert, aber ich bin mal so nett und, äh... Vergiss es. Die gehören jetzt mir. Nimm mir nur mal eine, weißt du? Das sind jetzt schön meine. Meinst du? So nehm ich, jawoll. Oh, nicht genug Stein. So. Boah, fuck you, ey. Oh, jetzt macht er da mein ganzes Lager kaputt da hinten. Weißt du, ich glaube. Wo denn? Nervt das. Nee, ist egal. Krieg ich alleine hin. Okay. Ja, natürlich. Was ist Asi? Weißt du, ich will ein Tor bauen, aber seine Einheiten stehen da drin und deshalb können die nicht bauen. Boah, ist das einfach nur eine behinderte Kacke. Aber meine Ritter sind auch da, Junge. Nee, das ist woanders. Ist egal jetzt. Alter, was da ankommt, ne? Wo? Bei mir? Ja, da unten, ey. Okay. Boah, bin ich genervt. Nicht aufregen. Doch. Aber, aber, aber. Triburg, Triburg, Triburg. Wo? Hör doch mal auf, mich immer zu stressen. Ja, doch. Wo weißt du, hab ich die Mauer voll scheiße gebaut, Junge. Du brauchst doch keine Mauer, ey. Ja klar, die kommen bald wieder zu mir. Mach doch mal die Mauer zu, da, Junge, ey. Mach doch mal die Mauer. Reparier doch mal die Häuser, Junge. Hast du einen Papst hier irgendwo? Ich brauch Heilung. Was lachst du so scheiße jetzt? Als hättest du keinen Papst. Oh, bei dir deine Base meine ich natürlich hier. Weißt du? Ja, hier ist einer. Warte, ich stell dir mal weiter nach vorne. Oh, sieh die Mauer scheiße aus jetzt da unten. So. Oh. So, darf ich das mal ein bisschen aufbauen und so, oder? Boah, jetzt greifen die schon wieder die Bauern an. Alter. Scheiße. Scheiße. Boah. Boah. Komm mal klar. Ja, gell? Übertrieben, ey. Drück du mal auf Spiel fortsetzen, ey. Ey, mach ich einfach mal nicht. Ach komm, dann kann ich so lange upgraden und so. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. So. Und ich hol da mal gleich zum Angriff aus. Ja, bitte. Ja, mach ich das sofort. Mach mal auf den Roten. Das ist ein Arschloch. Ja, der unter mir einfach, ja. Der geht gar nicht, klar. So. Das ist ein bisschen scheiße mit der Verbindung, ne? Total. Kann man da vielleicht eine Lösung finden? So Hamachi oder so? Naja, ich glaub nicht, dass es über Hamachi läuft. Ne? Na. Naja. Naja, solange es nur so kurz ist, dann geht es schon klar irgendwie. Jo. Irgendwie. Irgendwo. So. Jetzt machen wir mal. Boah, treff doch mal, ey. Boah. Die sind so dumm einfach nur. Boah, ey. Komm mal auf dein Leben, klar, Mann. Jetzt schimm auf dein Leben, Junge. Jo, Junge. Du bist voll am Aufregen und so, ey. Ja, zu Recht aber auch. Weil einfach das Bullshit. Oh. Da wird mal angegriffen, weißt du. Dann steht's wieder. Ja. So. Was können wir denn hier schon spawnen? Okay. Wenn ich nicht diese behinderten Maya wäre. Dann wär's ganz anders. Dann wär alles ganz anders. Natürlich. Ja, klar. Dann wär schon lang zu Ende, das Spiel. Ja, sicher. Ach ja, wir müssen ja nur die Könige töten. Ja. Oh, jetzt kommen sie zu mir. Guck. Alter, das sind so Assis, ne? Aber ey, egal. Ja, das machst du schon. Boah, ist... Jetzt ist aber, Alter. Okay. Wieso lau... Der läuft einfach rein, weißt du? So ein Spast, ey. Wie die einfach reinlaufen. Bist du nicht gut genug, meinst du? Was geht hier auf meine Bau? Alter, nee. Nee. Das ist nicht deren Ernst. Oh, das sind zwei Einheiten in deiner Base. Ja, es geht ums Prinzip, weißt du? Ja, weiß ich. So, und jetzt kommen hier mal ein paar Markkaromen, die ich ja... Also, 3,5,6,7,8,9,10. Boah, die hören gar nicht mehr auf zu... Kommt mal klar, Junge. So. Boah, jetzt kommen die noch vom Norden. Alter! Oh, da oben ist Gold. Geil. Ja, ich hab auch grad Gold gesehen. War geil, ne? Ja, richtig kam er geil. Das war richtig geil, war eins, glaub ich. Äh, glaubst du? Ja. Da glaub ich ganz fest dran. Ja. Vergiss es, ne? Okay, wo sind jetzt meine... Okay, da unten. Boah, endlich hab ich mal ein bisschen Ruhe. Boah, endlich schleckt es wieder. Boah, endlich. Ja, gut, dann kann man hier die Warteschlangen wieder füllen. Bam. Wenn man, äh, Rohstoffe hat, natürlich. Na gut, ich hab jetzt auch nicht so viele Rohstoffe. Nö, nö. Ja, woher auch? Ich brauch so hart Nahrung. Mach mal Felder, ey. Hier mach ich doch, ey. Das ist alles für... Ja, hat Loots. Ich geb's dir gleich. Oh ja, gib's ihm. Ja, die brauchen das manchmal einfach. Weißt du? Boah, mir wirst die da wieder ankommen. Ja, auf jeden. Ich kann hier nicht mal in Ruhe irgendwie was aufbauen, weißt du? Ja, Imperialzeit, sicher. Boah, kommt mal klar, Mann. Okay, ich mach jetzt hier mal... Zweite Burg. Alter, bau doch das auswärtig. Und hier noch einer. Du Mutte. Du Mutte, sagt er. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Alter. Hört doch mal auf zu... Wie die nerven einfach. Wie die nerven. Ich glaube, es war ein bisschen Stress, macht er sich ins Höschen. Boah. Er läuft durch den Wald. Ist klar. Halt die Fresse. Da kriegst du aber ganz genau aufs Maul, was? Weg mit dem Rotz da jetzt. Nee. Oh, mir ist langweilig. Bei mir passiert gar nichts. Boah, hilf mir mal, ey. Ja, warte, ich bin unterwegs. Oh, fuck, mein Angriff ist einer des Todes. Ja, geht. Ich bin unterwegs. Nix. Lass mal da voll angreifen und so. So voll, weißt du? Wo denn? So voll da und so. Ja. Ich schick mal... Ich hab nix. Boah. Dieser Sound geht mir so auf die Nerven. Nee, nee, dieses... Wenn du angriffen wirst. Pushen, Junge. So, kein Gold mehr. Ja, ich hab jetzt auch hier Ressourcenknappheit. Wo ist denn dein Markt, Karren? Äh, dein Marktplatz? Ist das der Marktplatz? Sag ich dir nicht. Boah. So ein Assier. Da baut er seine scheiß Häuser aus. Da ist er, okay. Ja, jetzt muss ich es auch nicht mehr zeigen. Und so. What the fuck? Greift mich da schon wieder an. Ey, ich werd bekloppt. Boah, die Nerven. Ey, die Nerven. Das ist so krass wie einfach nur Nerven. Ja, du bist halt nicht... Also, du musst halt gut werden, weißt du? Die nerven die nicht. Ich hab ja auch grad meine Ruhe. Ja, komm, ey. Jetzt mal ne vierte Burg bauen. So. So. War's das jetzt, oder? So, Bogenschützen. Ja, da kommst du mit ner Karvalerie an. Wer denn? Das ist peinlich, der Grüne, ey. Das ist so peinlich einfach nur, ne? Über die Himmel. Nix kann. Wie ich einfach mal Hilfe benötige, weißt du? Du machst nix. Ich hab mich das gar nicht interessiert, ne? Boah, was ist denn das hier? Ja, doch, warte mal. Wo denn? Alter. Ja, lass mal angreifen, ey, yo. Ach so. Ich muss mal beim Angriff. Ja, klar. Ich dachte, es gibt ein ernstes Problem. Ja, gut, ich bin unterwegs. Ach so, nein. Hallo? Wir brauchen... Baust du Triboke? Ich baue gerade. Das ist gut. Aber es geht mir langsam... Ah, das Gold aus, Mist. Wow, das nenne ich doch mal... Das ist doch mal sehr nice einfach. Gold abbauen zusammen, ohne irgendwas zuzubauen, hm? Fuck, das geht ja gar nicht. Boah, nee, hätte ich bloß nichts gesagt. Boah, hängen mehr, ey. Boah, was er da für eine Armee stehen hat einfach. Ja, lass mal angreifen. Lass mal angreifen, ey. Ja, ich bin unterwegs. Schick alles da runter, ey. Schick alles mal da runter. Ja, hallo, wer greift denn schon an? Bin ich das oder was? Nee, ich sammle da alles und dann können wir ja voll angreifen. So richtig Bäm's in die Fresse. Ja. So one hit down. Ja. Oh, ist das ein Spast. Ja, der hat Mönche. Du bist ein Spast. Boah, wie ich immer wieder mit Bogenschützen ankommen muss, ne? In jedem Spiel. Ich stehe voll auf die, ne? Auf diese geilen Spitzenpfeile. Oh ja, geil. Jetzt gib mal Gas hier, wa? Vor allem noch so voll am Treiben, so. Was denn? Oh, ich werde ja angegriffen. Boah, ich auch. Fuck! Oh. Hier, mach mal Ritter. Nee, ich hab selber Probleme. Nee, hier, du hast doch Paladini hier. Schick dir mal hier. Warte mal. Alter, du hast mal die Pugetown. Meine Pugetown. Was hast du davon? Nee. Äh. Ja, warte, ich save kurz mein... Alter, die kommen rein. Fuck. Boah, lag, ey. Boah. Die kommen rein. Scheiß drauf. Nee, komm. Fuck, die kommen rein. Ja, ist doch egal. Aber rette mich mal. Boah, ja, Spiel fortsetzen, Junge. Boah, der Grüne. Boah, der Rote nervt. Alle nerven. Ich meine, es sind ja nur zwei, aber... Ja, komm mal klar. Alter, meine Burg ist das kaputt, ne? Ich bin grad sowas von am Arsch gericht. Okay. Oh, es hört doch mal auf zu lecken. Ja, Mann. Oh, Vorsicht, sie werden angegriffen. Ach, was. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ne? Komm, aggressive Haltung jetzt rein. Es ist fertig. Komm. Ja, jetzt ist es was. Jetzt ist einfach Polen offen. So. Ja, du, das... Sowas dürfte ich nicht sagen als Deutscher. Wieso das denn? Polen? Ja, offen? Ja, nee. Lieber nicht. Meinst du? Nee, nee. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Dann unterlassen wir das lieber. Ja, ich meine, du darfst das ja machen als Schweizer, aber... Weißt du, als Deutscher ist man ja immer in so einer kniftigen, moralischen... Dings. Ja, weil es ist ja... Ist ja nichts Schlimmes, weißt du, die Aussage? Ja, doch. Meinst du? Ja, das, weißt du, es gibt immer so Mongos, die dann eben sagen, ja... Nazi und... Das ist halt YouTube. Ja. Du Spust, ey, du hast ein Spiel gespielt, ey. Ja. Weißt du, das gibt's halt... Das ist... Ja, das ist normal. Ja, hast recht. Im Grunde ist es völlig in Ordnung, über Polen herzuziehen auf YouTube. Nein, aber... Ist ja nichts Schlimmes jetzt die Aussage, wenn ich jetzt sagen würde, Polen sind... Nö, nö, nö. Ja, wie denn? Was wolltest du gerade sagen? Das wäre dann was anderes. Die sind cool. So. Was genau meinst du mit cool? Boah, hör's auf. Oh, 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 da berühre ich auch eine ganz sensible Stelle bei ihm. Nee, wieso? So, jetzt... Hilf mir mal hier. Mach mal den grünen fertig. Ja. Wieso den grünen? Aber der mich angreift. Ja, das ist... Nee. Weißt du, vorhin auch so... Ja, jetzt komm mal auf den roten endlich so und... Nix passiert. Ja, der hilft doch mal, ey. Ja, Alter, was mach ich denn hier? Ja, keine Ahnung. Ich geh jetzt auf die Burg. Mir ist scheißegal. Hier einfach alles aufneuchtet, ey. Das ist so... Boah, jetzt werde ich mal einen Bauern eingebaut, ne? Scheiße. Wie da einfach noch eine Burg steht. Ey, das sind so Spasten. Ja, natürlich. Das ganze Lager besteht nur aus der Burg, ey. So, erstes Gebäude down. Echt? Ja. Sag mal Bescheid, wenn der König irgendwo steht. Dann komm ich mal einen Bogenschützen rein. Die versuchen auch alles, ey. Ohne Witz. Ganz anders als ich. So. Da machen wir hier nochmal die Feder falsch drin. Viele, viele, viele. Burgdown. So. Geht doch, oder? Ja, geht alles. Ah, du bist auch schon drin. Geil. Ja, sicher. Schon lange. Ja, schon lange. Weißt du, ey. Ja, jetzt mach doch mal so. Und ich stehe da schon eine halbe Stunde und mache alles kaputt, ne? Eine halbe Stunde, ja. Inklusive Legs. Wollte ich gerade sagen. Boah, komm mal klar. Ach so. Komm mal klar. So, hier meine schöne Ritter. Einheit. Hier, da, da sind, äh, Dinger an der Burg. Da ist der bestimmt drin. Ernsthaft? Ah ja, stimmt. Die Fahne. Die Flaggen. Ah, dann geht's ab. Hm, übertrieben geht's ab. Oh ja. Boah, jetzt sind wir kurz ja vor den Roten, ne? Oh, Junge. Ja, ohne Scheiß. Macht sich so fett in die Hose jetzt hier. Sowas von. Und da hat er einen Triebogen mitgebracht. Hör einfach die Burg an. Ja, tu ich doch gerade. Nee. Ja, irgendwie schon doch. Ja, wieso ist die da noch heile? Weil's leckt. Boah. Boah, 6000er. Ja. Muss immer reinzuhnen, weißt du, so sechs Sekunden immer. Ja, und sonst so das Wetter. Ach so, geht weiter. Weiß ich gar nicht, hab mich rausgeguckt heute. Nö, stimmt. Wozu auch? Bist auch so ein Höhlenmensch. Nee, geht. Also ich bin jetzt halt einfach nur eine Stunde aufgestanden. Also vor einer Stunde aufgestanden. Eine Stunde aufgestanden. Hm, gutes Deutsch. Macht doch voll Sinn, so einfach mal. Ja. Mach dich bereit. Wie? Ja, der König, weißt du. Ja, ja. Der kommt vielleicht bald raus da und dann bin ich immer ready. Ich meine, wir werden ihn sicherlich nicht übersehen bei dem Leck. Ja, das ist auch wieder wahr. Du siehst, der baut da ein Dorfzentrum. So. Das ist ein Mongo. Boah, hör doch mal auf zu lecken. Ah, guck mal. Sie sind schon draußen, aber das waren nur Dorfbewohner. Der König ist woanders. Mist. Ihr könnt, das ist in another castle. Ja, da vor... Nee, das ist ja keine Fahne. Äh. Egal, einfach alles kaputt machen. Auf jeden, ey. Mongos haben das nicht anders verdient. Das sind in der Tat... Da ist der König. Warum zieh ich hier mal alles dahin? Ich müsste mal wieder nachproduzieren. Boah, wieso lenkt denn das beim Angriff? Ja, das hat vorher gar nicht gelenkt. Ja, ne? Wir sollten mehr campen und so. Boah, ich muss ja gar nicht nachproduzieren, was da alles rumsteht noch. Wie einfach das ganze Gold irgendwie verbaut ist. Naja. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich hab dein Gold heute jetzt gar nicht angetastet. Nein. Natürlich nicht. Wie auch, sind ja Mauern drum. Ähm, Goldmangel. Goldmangel, sagt man. Mit zwei... Ja, ja, klar. Ja, ja, natürlich. So, was geht denn hier ab? Wieso sind die alle so verteilt, ne? So, hier, der Rote, das sieht doch schon gut aus. Ja, auf jeden Fall. Haben wir diesmal besser hinbekommen? Jawoll. Jetzt muss der Tribok... Bleibt mal alle ein bisschen zusammen. Genau. Teamwork ist hier gefragt. Der Teamwork ist meine Stärke. Ja, kam auch ganz gut an jetzt. Wie viel die bekommen... Du kamst jetzt da von, äh, vom... Äh, von Nord, ja... Nordosten und dann... Ja, du weißt, was ich meine, oder? Wir kamen halt von beiden Seiten und dann... War ganz geil jetzt. Auf jeden. Kam gut an. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Da ist der König! Wo, 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 wo. Tötet ihn! Sohn Rohans! Oh, ey, gegen die Mauer ist da oben. Jawoll, geil. Nice. So, dann gleich auf den grünen, wa? Ähm, ja. Die Burg macht nix mehr, ne? Weiß ich nicht. Oder schießt sie noch? Kann sein. Also ich ziehe ihm alles hoch zu den grünen. Die macht nix mehr, okay. Da können wir auch abziehen. Leute, ich sammle mal alles. Bevor ich jetzt weitergehe. Definitiv too easy. Boah, wie die die Gebäude einfach angreifen. Hier kommt mal alle her. Ja, komm, Spiel ist vorbei jetzt. Ja. Das geht mal ja vorher noch da rein und dann war's das. Wo ist denn jetzt meine? Da unten. Alles macht ja keinen Spaß. Ich mach mal das Tor da kaputt, wo du stehst. Wo? Da, wo du grad standest. Ja, ich steh an vielen Orten. Warte mal. Achso. Ja, da geht bald das Tor kaputt. Da können wir da durch. Und dann... Ach, da, okay. Läuft das. Und dann sollte noch mein Nachschub da kommen. Was ist los? Hier kommt wer. Oh, ich mach jetzt voll was Assiges. Massenproduktion. Das ist ja richtig assi. Übertrieben assi. Boah, keine Häuser. Wo hab ich denn 270 Leute? Das kann doch gar nicht sein. Wo sind die denn alle? Am Arbeiten. Ach, Quatsch, ey. Quatsch, ey. Die Arbeiten doch nicht, ey. Kleine Mongos. Oh, ja. So. Sammeln wir mal da alles und dann geht's los, ne? Wie geht los? Ich bin schon dabei. Ach. Oh, fuck, du bist ja schon dabei. Ja, klar. Boah, wie er immer irgendwie mich hetzt, ne? Und dabei bin ich da schon. Ja, sorry. Ich muss meine Armee noch hier reinziehen. Ey. Wie die da eingesperrt sind. Wie einfach eine riesige Streitmacht jetzt kommt. Wie die einfach den falschen Weg gehen. Wie dumm muss man sein. Ja, lass es einfach nur, weil du auf Ruhe Gewalt setzt. Hä? Wie bist du denn da reingekommen? Achso. Sorry. Start gerade, ey. So, voller kann auf die Burg. Auf jeden. Und die anderen kommen da von Westen her. Okay. Ah, die haben gar keine Mauer da hinten. Die sind ja dumm. Ja, die haben generell gar nichts. Ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt schon mal. Wow. War ein easy match. Nächstes Mal vielleicht mit drei Gegnern. Mindestens. Mindestens. Oder? Bist du dabei? Und dann immer so eine Steigerung. Ja, komm. Ja, aber geil, ey. Der hat ja nix, der Grüne. Der hat ja gar nix. Weil ich den die ganze Zeit unter Beschuss genau hab. Die ganze Zeit. Oh, was ist denn da oben schönes gebaut? Voll das Lager, voll die Siedlung. Wo denn? Ja, oben links. Oben links. Ich finde es jetzt zwar einfach so aus der Not heraus. Ich brauch so schnell was. Krass. Ich hab da so einen komischen Kreis irgendwie, ne? Ja. Und zwei Reliquien. Naja. Da hat er sein Ghetto wieder aufgebaut und mittendrin brennt's. Wo brennt's? Bei deinen Häusern. Ja, stimmt. Geil. Ja, nice, ne? Ich finde meine Marktkarren auch geil. Die haben keine Pferde, das sind Leute. Weißt du? Ach, genau. Ich muss sagen, ich hatte gar nicht so viele dieses Mal. Marktkarren. Müssen wir nächstes Mal, glaub ich, mehr drauf achten. Ja. Das ist wichtig. Vor allem so am Ende des Spiels, wenn kein Gold mehr da ist. Ja, genau. Das ist schon ein Goldmangel jetzt. Aber okay. Ging gut. Auf jeden? Ja. Okay. Dann gucken wir mal Statistik und so. Obwohl, naja, was war das schon? Ja, klar, in der Wirtschaft ist er wieder dabei. Wirtschaft? Ja, klar, weißt du? Ja, hier Kringelschnauze ist gut. Gesammeltes Gold, Handelsgewinn. Mhm. Abgerissen. Das sind 150 Gebäude abgerissen. Junge. Ja. Und das größte Heer. Ernsthaft? Wo steht denn das? Das größte Heer. Yeah. Und am meisten erforscht. Jawohl. Boah. Beste und so. Ja, Zeitlinie eigentlich, im Grunde war es klar. Mal ehrlich. Ja. Boah, das ist boah krass. Ja. Auf jeden Fall. Da hat er angefangen, dann Militär zu bauen. Ah. Der Lied ist super. Dauerproduktion. Auf jeden. Aber du hast gute Bauern am Anfang, ne? Ah. Du hast viel mehr Bauern. Ich bin halt auch mehr so der bäuerliche Typ. Und am Schluss? Und am Schluss habe ich, weiß ich nicht. Was hast du denn am Schluss gemacht, sag mal? Ja, nix. Ach, du bist ja, oh, Alter, ich hab dich gerade verwechselt, sorry. Nix, ich bin der Roter. Ah, schön. Auf gar keinen Fall. Du hast aber trotzdem mehr Bauern gehabt, insgesamt. Am Schluss habe ich dann abgebaut, voll viel. Dann eher auf Militär, ne? Ja. Boah. Wie du fast die Hälfte der Bevölkerung erstellst. Also mit Militär. Ja, cool. Du hau drauf, Typ. Okay, gut, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis irgendwann mal, ne? Bis zum nächsten Mal dann mit drei Gegnern. Hoffen wir mal. Okay. Ciao. Haut rein. Ciao. Ciao.